Musik Hm, mein erstes Video ist jetzt online, aber wo bleiben die Abonnenten? Was kann ich tun, damit die Leute auf mich aufmerksam werden? Ha, ich hab ne Idee. Ich werbe einfach für mich in den Kommentaren unter anderen Videos. Hallo, ich mache auch Videos über Beauty, Fashion und noch viel mehr. Habe auch gerade eine Verlosung auf meinem Kanal. Schaut vorbei! So, und jetzt markieren und kopieren. Und das verteile ich jetzt unter sämtlichen Videos. Und warte. Und warte. Und warte. Fünf Stunden später. Jetzt wollen wir doch mal gucken. Bestimmt haben mich jetzt schon richtig viele Leute abonniert. Keiner? Das verstehe ich nicht. Das habe ich falsch gemacht. Hallo, ihr habt es jetzt gerade im Einspieler gesehen. Und zwar zeigt dieser Einspieler eigentlich perfekt eine sehr negative Entwicklung, die gerade bei YouTube in sehr hohem Ausmaß agiert, wie ich finde. Also das habe ich festgestellt, das haben aber auch andere festgestellt. Und zwar geht es darum, dass viele kleine YouTuber, die eben neu anfangen, Kommentare unter die Videos von anderen YouTubern posten. So nach dem Motto, einmal als Beispiel, hey, ich mache auch Videos im Beauty-Bereich, schau mal bei mir vorbei. So, und das sind dann meistens die Kommentare. Die werden dann kopiert von denjenigen und auf sämtlichen Videos oder unter sämtlichen Videos gepostet. Und das kann man zusammenfassen als Spam. Es ist nichts anderes als Spam und eigentlich ein No-Go. No-Go. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich freue mich über jeden einzelnen Kommentar und über sehr viel Feedback und alles. Und wenn ich dann wirklich fünf Kommentare hintereinander bekomme, in denen wirklich nur jemand seinen eigenen Kanal vorstellt, ohne überhaupt dem Video Feedback gegeben zu haben. No-Go. Da war dann letztens mal, das heißt letztens, das war vor ein paar Monaten mal so eine Diskussion auf Twitter, da haben sich halt ein paar YouTuber darüber aufgeregt, ich auch, dass es eben eine echt negative Entwicklung ist mit dem ganzen Spam unter den Videos. Und da hat sich dann eben ein Mädel dazu eingeschaltet und die hat eben gemeint, ja, ihr habt da vielleicht recht, aber was kann man als Anfänger denn wirklich tun, um auf sich aufmerksam zu machen? Und da habe ich dann festgestellt, dass da ziemlich, ja, ein Bedarf daran besteht bei jüngeren, nicht bei jüngeren, bei neuen YouTubern, bei Anfängern, da ein bisschen was drüber zu erfahren, wie das alles funktioniert. Und bei mir ist es jetzt so, ich bin ja jetzt auch nicht der Top-YouTuber mit meinen, ich habe jetzt, was habe ich für über 20.000 Abonnenten, das ist eine mega überwältigende Zahl, aber es gibt natürlich einige Überflieger, wie zum Beispiel die Darum, die hat ja einen Monat vor mir angefangen und hat, was weiß ich, wie viel mehr Abonnenten als ich oder die Easy Peasy 5, die hat, glaube ich, ein halbes Jahr nach mir angefangen und hat auch schon über 100.000 Abonnenten und das ist halt wirklich Überflieger und das ist wirklich eine krasse Leistung. Deswegen weiß ich nicht, ob ich jetzt so mir das Recht rausnehmen darf, anderen Tipps zu geben, wie sie sich verbessern und wie sie ein bisschen mehr Abonnenten bekommen. Aber dazu kann man eben halt auch sagen, dass ich seit zwei Jahren jetzt hier aktiv dabei bin und auch so ein bisschen weiß, wie der Hase läuft, was man so beachten muss. Und da dachte ich, ich teile das einfach mal mit euch. Also nochmal zusammenfassen, ein absolutes No-Go, ein absolutes Don't ist es, Spam-Kommentare unter Videos zu verteilen. Dazu gehören meiner Meinung nach auch Kanal-Kommentare oder E-Mails, bis sämtliche solche Sachen, das ist nicht wirklich so gut. Ich habe zum Beispiel auch schon mein YouTube-Postfach, habe ich gar nicht mehr angestellt für, ich glaube, nicht Freunde von mir. Ich weiß gar nicht, wie das bei YouTube so läuft, aber bei mir war es halt immer so, dass viele mir E-Mails geschrieben haben, hier ist mein neues Video. Das war so eine Massen-E-Mail an 100 Leute, 1000 Leute. Und das hat mich dann auch so genervt, dass ich das einfach nur noch abgeschaltet habe. Also das ist darin inbegriffen. Also das gehört auf jeden Fall auch dazu, Spam-Kommentare auf sämtlichen Plattformen, wie YouTube, Privatnachricht, E-Mail in den Kommentaren, Kanalkommentaren. Ich hatte zum Beispiel auch schon, dass wir hier auf der Facebook-Seite ihre Videos gepostet haben. Und das ist so eine Sache, es kommt nicht gut an. Dann lasst es am besten sein und ich erkläre euch jetzt oder ich zeige euch jetzt, wie man so ein bisschen seinen Zuschauer-Stamm ausweitet. Da gehört natürlich noch sehr viel mehr dazu, als das, was ich euch heute erkläre. Aber ich werde euch im Großen und Ganzen jetzt einfach mal so Tipps geben. Und das ist auf jeden Fall ein Anfang, was man halt eben beachten soll. Und es ist sicherlich nicht verkehrt, wenn man das dann so macht. Lade mehrere Videos hoch, zunächst ohne Erwartungen zu haben. Für den allerersten Anfang ist es natürlich erstmal wichtig, dass ihr schon ein paar Videos hochgeladen haben müsst. Das hatte ich zum Beispiel auch schon, da hat ein Mädchen mir geschrieben, hey, ich mache auch Videos im Beauty- und Fashion-Bereich. Da habe ich draufgeklickt und sie hatte lediglich ein einziges Video von sich hochgeladen, wo sie sich eben selber vorgestellt hat. Und das ist für mich kein Grund, jemanden zu abonnieren, weil er hat ja noch nicht gezeigt, was er macht oder was er wirklich kann, sondern er hat wirklich nur kurz in die Kamera gesprochen. Und auf jeden Fall ist es wichtig, warum man sich auch nicht wundert, wenn man ein Video hat und man hat noch keine Abonnenten, denn die wollen ja was sehen. Daher solltet ihr vielleicht mindestens mal 10 Videos oder so hochgeladen haben. So ein bisschen unterschiedlich, dass man so ein bisschen sieht, was ihr so macht und auf interessante Art und Weise einfach einen guten Content. Und dann wird es auch relativ schnell von alleine dann so kommen. Also ihr braucht auf jeden Fall schon mal ein paar Videos. Die richtige Ausstattung ist das A und O. Und da gehört natürlich auch dazu, dass ihr ein einigermaßen gutes Equipment habt. Für den Anfang reicht natürlich eine Webcam vielleicht aus, wenn man sich nicht sicher ist, ob man das wirklich machen will. Aber wenn man wirklich dabei ist, das auf längere Zeit zu machen, sollte man wirklich schon mal mit einer guten Kamera das machen. Ich weiß nicht, ich denke nicht, dass das so viele sehen wollen, wenn zum Beispiel der Ton rauscht oder das Bild immer so flimmert oder so. Ja, am besten da überlegt man sich dann schon mal, sich das richtige Equipment anzuschaffen. Es gibt natürlich auch Leute, die reden immer noch mit ihrer Webcam und denen hört man einfach gerne zu. Denen sieht man einfach gerne zu, auch wenn die Qualität nicht perfekt ist, weil die Menschen einfach toll sind. Aber ich würde mal sagen, das ist so bei den wenigsten so wirklich der Fall. Inzwischen sind die Zuschauer mit guter Kameraqualität bei vielen YouTubern so verwöhnt, dass sie wirklich auch bei allen eine gute Kameraqualität haben wollen. Poste Videoantworten. So, dann sind wir jetzt soweit. Ihr habt jetzt schon ein paar Videos gemacht. Dann guckt einfach mal bei anderen YouTubern, bei größeren YouTubern, ob die ähnliche Videos haben. Und wenn ja, dann postet doch einfach eine Videoantwort. Da sehen nämlich die Leute, die von diesem einen YouTuber das Video anschauen, unten eben so ein kleines Thumbnail. Und da hat man dann auch schon was, worauf man eher klickt, als zum Beispiel, wenn es nur so ein Text steht, schaut mal bei mir vorbei. Und man sieht, da hat wirklich jemand ein Video dazu gemacht. Das gucke ich mir doch glatt mal an. Und das versucht es wirklich auch sehr oft bei vielen verschiedenen YouTubern zu machen. Auch bei ziemlich aktuellen Videos, weil die eben sehr häufig noch angeklickt werden. Und so kann man auch gut auf sich aufmerksam machen. Mache Tags. Und zum Beispiel auch Videothema Tags. Macht unbedingt Tag-Videos, also von Tags, die sehr aktuell sind. Weil ein Zuschauer, der sich für den jeweiligen Tag interessiert, der sucht den dann auch wirklich in der YouTube-Suche. Und dann kann es sein, wenn ihr dann wirklich die gleiche Überschrift habt und so weiter und so fort, dann kann es auch sein, dass sie wirklich dann bei der Suche auch erscheint. Und so könnt ihr dann auch eher auf euch aufmerksam machen. Stichwort Regelmäßigkeit. Ganz wichtig ist auch, dass ihr nicht nur alle paar Monate Videos macht, sondern wirklich regelmäßig. Mehrmals die Woche. Gerade zu Anfang ist es wichtig, dass ihr sehr viele Videos hochladet. Also nicht zwei, drei am Tag, sondern vielleicht schon drei bis vier in der Woche. Und das sind gerade Videos gut, wie zum Beispiel eben erwähnt Tags oder halt bestimmte Reihen, die sehr viele YouTuber machen, wie zum Beispiel Aufgebraucht-Videos, Beauty-Videos, das ist ja sowieso, Outfit-Videos, Favoriten-Videos, die ihr eben dann auch einfach als Video einfach posten könnt. Und das eben, ganz großer Punkt, regelmäßig. Ganz wichtig. Schließt ihr dich mit anderen YouTubern zusammen, die eine ähnliche Abonnentenzahl haben wie du? Stichwort gleiche Interessen. Dann ist es auch sinnvoll, wenn ihr euch andere YouTuber sucht, die ungefähr so auf dem gleichen Stand seid wie ihr, also die auch relativ frisch angefangen haben, die so auf dem gleichen Abonnentenstand seid wie ihr. Und mit denen könnt ihr zusammenarbeiten. Die könnt ihr zum Beispiel mal immer wieder verlinken. Die verlinken dann euch, also dass ihr euch so gegenseitig so ein bisschen pusht. Auch gerade bei Tags, dass ihr euch gegenseitig taggt, dass ihr zum Beispiel auch Kollaborationen zusammen macht. Alles Mögliche. Eben einfach, dass ihr euch gegenseitig so ein bisschen unterstützt, dass ihr auch immer jemanden habt in eurem kleinen Kreis. Also so eine kleine YouTube-Klicke ist nie verkehrt, wenn man das hat. Sei aktiv in sozialen Netzwerken. Und was ich auch noch für sehr sinnvoll halte, ist, wenn ihr auf sämtlichen sozialen Netzwerken angemeldet seid, wie Twitter, Facebook, auch Instagram und so weiter. Und dann eben auch in direkten, wie sagt man, dass eben einfach so ein direkter Austausch mit euren Zuschauern stattfindet. Dass ihr einfach für die da seid. Und auch da, ihr könnt ja auf eurer eigenen Facebook-Gefällt-Mir-Seite zum Beispiel auch eure Videos posten. Ihr könnt auf Twitter eure Videos posten. Natürlich nicht in übertriebenem Maße, aber so kann man zum Beispiel auch Werbung machen. Eben auf seinen eigenen Plattformen. Und nicht bei anderen oder so. Also das ist nie verkehrt. Und da kann man zum Beispiel auch auf Twitter oder so, man kann mit anderen YouTubern twittern und so weiter. Also es ist auf jeden Fall nicht verkehrt, wenn man auf sämtlichen Plattformen aktiv ist. So, und das war eigentlich auch schon so ein großes und ganzes Video mit so ein paar kleinen Tipps, die euch vielleicht weiterhelfen. Ich habe mir auch überlegt, mal hin und wieder so ein bisschen so eine Reihe draus zu machen, in dem ich einfach auch so ein bisschen erzähle, wie es läuft. Ich habe mir auch überlegt, dass ich zum Beispiel zum Thema Sponsoring mein Video mache. Und zwar aus Sicht einer YouTuberin, nämlich mich, die bei Sponsoring eigentlich nicht abgeneigt ist und die das eigentlich auch gut findet. nur wenn man es eben richtig macht. Das ist eben auch wichtig. Ja, sagt mir mal eure Meinung dazu, wie ihr das allgemein findet. Natürlich bringt das Video jetzt nicht jedem was. Das Video werden wahrscheinlich mehr Nicht-YouTuber schauen als YouTuber. Das ist klar. Aber so ist das halt manchmal. Manchmal ist eben nicht das richtige Video für einen dabei, sondern jetzt hat es wieder eher was denjenigen gebracht, die eben auch YouTube-Videos machen wollen. Ja, So viel dazu. Und falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, stellt die mir. Mal gucken, ob ich es denn mal wieder in einem Video verpacken kann. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und freue mich auf euch in meinem nächsten Video. Macht's gut. Und dann wünsche ich euch auf euch in den nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017